Wie wird man glücklich? Wir sind langsam an einem Punkt angekommen, wo wir uns entschlossen haben, professionelle Hilfe zu holen. Genau. Die meisten Ansätze gehen da ja übers Privatleben, ne? So weniger Arbeiten, Work-Life-Balance und so entspannen. Ja, fuck that shit. Ich bin deutsch. Ich will mich zu Tode arbeiten und dabei glücklich sein. Na gut. Bei der Arbeit glücklich sein. Das wäre schon mal ein Anfang, wenn ich jetzt hier glücklich wäre. Jetzt hier in diesem Moment, das wäre echt krass. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen heute. Steh früh genug auf, mindestens eine Stunde, bevor du dich auf den Weg machen musst. Nein. Was? Nein. Ich mach das immer so. Wenn ich um 10 bei der Arbeit sein muss, steh ich um 11 auf. Aber als würde mich früh aufstehen glücklich machen. Ja. Wenn du mehr Zeit hast, klarzukommen, ist immer gut und nicht so gestresst bist. Komm, tu mal klar. Dress for success. Ich mag den Ansatz. Halloween war gestern. Lass deine privaten Probleme zu Hause. Aber ich brauche Steven hier. Ich arbeite mit ihm zusammen. Aber ich finde den Tipp lustig, weil das ist so von wegen. Du hast deine Frau, deine Kinder, dein Privatleben, dann genieß die Arbeit. Weil dann hast du die alle weg von dir. Das ist irgendwie nicht so gesund, oder? Es ist so, nutze die Zeit, um von deinen Problemen zu fliegen. Ja, aber sie haben in der Arbeit ja auch nichts zu suchen. Du bist ja dann auch nicht produktiv und wenn du über deine Arbeit glücklich werden willst, dann musst du das wahrscheinlich machen. Ich höre dich schlecht. Ja, mach dich nackig. Tschüss, Batman. Was? Du bist unter dieser Maske. Sieh zu, dass du mindestens 10 Minuten früher auf der Arbeit bist, als du müsstest. 5 Minuten vor der Zeit ist es Rickys. Vor allem der Grund ist, du sollst dich bei deinem Vorgesetzten einschleifen. Was? Hallo Vorgesetzter, der auch 10 Minuten... Ich sag dir, jeder Vorgesetzte kommt bestimmt 10 Minuten zu spät und später als alle anderen. Also würde ich das machen, wäre ich ein Vorgesetzter. Tja, du bist aber keiner. Außer für Mabel. Ja. Aber du bist nie vorher da. Komischerweise. Grüß deine Kollegen, wenn du bei der Arbeit ankommst. Mabel. Behandle deine Kunden oder Klienten mit Respekt und hilf ihnen, wo du kannst. Aber unsere Kunden sind Kevins. Sollen wir die bitte respektieren? Die kriegen zu fressen, was wir machen und gut ist? Mach Pausen. Okay. Au. Die Finger, Alter. Mabel, machst du mit mir Pause? Ich komme mir richtig verstoßen vor. Also eigentlich ist der Trick, um auf der Arbeit glücklich zu werden, ganz einfach, überrede deinen Kollegen, einen Hund zu holen. Genau. Und dann rede nicht mehr mit deinen Kollegen. Mensch, Rick, ich hab gehört, du wirst auch bald 30. Ich hab gehört, du bist schon 30. Ja. Weißt du, was da richtig schwer ist? Freunde finden, wenn man alt ist. Früher in der Schule war das super easy. Da hat man hier... Ja. Da war es total easy für mich. Wie hießen diese Steine, die man so geschnipst hat? Gokos, ja. Alter, wenn du jemanden mit Gokos gesehen hast, hast du dich dazugestellt und auf einmal war die Best Friends, Alter. Und heutzutage hab ich halt einfach super Angst, mich mit irgendwem zu unterhalten, weil ich eh schon von vornherein weiß, dass ich den bestimmt nicht leiden kann. So, dass er bestimmt übelst langweilig ist. Und ich will mich doch nicht anvertrauen. Mein Innerstes nach außen kehren, irgendjemand, den ich nicht kenne. Und dafür haben wir jetzt hier diesen tollen Artikel. Ohne Freunde glücklich werden. Yeah. Der ist wie für mich gemacht. Kredit. Gott. Oh, Werbung. Erkenne deinen Wert an. Ja, umarm dich selber. Das wird gelesen. Finde andere Wege, um dich wichtig zu fühlen. Zum Beispiel durch das Wiedergeben positiver Aussagen. Ich bin wichtig. Ich bin geil. Ich bin toll. Oh ja. Ich denke positiv. Ich brauch keine Freunde. Ich hab Geld. Aber vielleicht hilft es ja wirklich unterbewusst. Ich meine, du sollst ja auch unterbewusst, wenn du zum Beispiel lächelst, auch wenn du nicht glücklich bist, solltest du ja unterbewusst irgendwie glücklicher machen. Wenn du immer auf Freunde gezählt hast, Entscheidungen zu treffen, versuche Entscheidungen allein zu treffen. Du musst es, indem du vor und nachhaltig abwegst. Macht man das nicht immer bei jeder Entscheidung? Ich meine, ja, wenn ich keine Freunde habe, muss ich das wohl. Das ist so ein toller Tipp. Ich habe ja keine andere Wahl. Starte ein Selbstpflegeprogramm. Und hier, der zweite Punkt. Du kannst doch alle Dinge auflisten, die du an dir selbst magst und die List oft durchlegst. Ich kann gut Listen schreiben. Punkt zwei. Mein dicker, ähm, okay. Hund. Ich habe dich dick genannt, Mabel. Lerne deine Zeit allein zu genießen. Ich habe ja keine andere Wahl. Was, warum? Corona? Ich habe doch keine Freunde. Darauf geht es doch. Ach so. Und dann denkst du etwa, ich bin so ein Typ, der sich denkt, fuck meine Freunde, ich will die loswerden. Und bereite mich dann schon mal selig darauf vor, was ich danach machen soll. Ganz ehrlich, es gab so ein, zwei Menschen in meinem Leben, da war ich sehr froh, dass die dann irgendwann weg waren. Das ist doch nicht so, du entscheidest dich doch nicht von heute auf morgen. So, ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf andere Menschen. Die will ich alle nie wieder sehen. Tschüss, löschen, 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 Türschuhe schließen. Ey, so geil, wenn das mit der Facebook quasi Freundesliste verknüpft wäre. Und dann könntest du einfach Menschen löschen. Auf jeden Fall ist es jetzt sehr hilfreich, weil es ist einfach nur, beschäftige dich so. Lerne Zeit alleine zu genießen. Oh, toll. Motiviere dich mit starken Zielen. So, ja, okay, cool. Mach Dinge. Ich möchte heute noch Master debattieren. Gutes Ziel, oder? Ja, das ist ein gutes Ziel. Da kann man auch Zeit mit sich selbst verbringen und so. Oh, lerne immer weiter. Das könnten wir auch mal wieder machen. Könnten wir was Neues lernen, Ricardo. Ich lerne die ganze Zeit neue Sachen. Ach so, was hast du denn als letztes gelernt? Dass die zweitgrößte Grenze Frankreichs in Brasilien ist. Hä? Und was ist das jetzt? Andere Verbindungen aufbauen? Ach so, mit Geschwistern ab. Weil Geschwister keine Freunde sind, oder was? Wir verbringen hier schöne Zeit mit den Eltern. Alter, das sind doch auch ab einem gewissen Zeitpunkt Freunde. Werde Mitglied in einem Verein oder einer Organisation. Ja, und die Leute sind dann auch keine Freunde, denn? In einen Verein zu gehen oder in eine Organisation zu gehen oder irgendwie sowas ist der beste Weg, Freunde zu finden und soziale Kontakte zu knüpfen. Ja, aber da soll es ja eigentlich darum gehen, ohne. Oder? Ich glaube, der Mensch ist nicht geschaffen, allein zu sein. Da gibt es ein sehr schönes Video von Kurzgesagt, was dir eigentlich sagt, so, du brauchst Freunde, ansonsten wirst du depressiv und gesund. Glaubst du denen etwa, was die sagen? Also, die haben Enten. Und Kalender. Also, ich finde ja, du redest Unsinn, es macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Das Einzige, was wirklich glücklich macht, ist shoppen gehen. Oder shoppen im Internet. Du bist traurig, weil deine Ratte mit deinem Skateboard abgehauen ist und suchst ein neues Hobby, das sich von deinem dunklen Gedanken ablenkt. Hast dich aber schon um deine Schlange gekümmert und jetzt muss sie sich ausruhen? Dann schau mal in die Mehrwemba-Angebote von Saturn. Noch bis zum 28. November findet ihr hier stark reduzierte Technik wie Kaffee-Vollautomaten, die dir einen besseren Kaffee machen als deine neue Freundin. Doch wo das herkommt, gibt's noch mehr. Wenn du leuchtende Farben sehen willst, OLED-Fernseher. Zu dumm zum Kochen? Küchenmaschinenzelt. Wie bitte? Du hast kein Geld, um dir Glück zu kaufen? Aber dafür gibt es doch eine ganz einfache Lösung. Reich erben zum Beispiel. Schaust du bei Saturn rein, macht dein Gesicht so Also schnapp dir einen Freund und check gemeinsam die Black Friday-Angebote, denn wenn man Glück teilt, vermehrt man es. Okay, okay, okay. Wie Onkel Iroh schon sagte, manchmal lösen sich die eigenen Probleme, indem man andere beim lebendigen Leib verbrennt. Ey, ich meine, indem man anderen hilft und so. Ne? Eine Katze glücklich machen. Awww. Kabu macht mich glücklich. Gib deiner Katze gutes Futter. Wow. Was? Wow. Ne Mann, ich geb ihr meinen... Stuhl. Den hier. Halte deine Katze gesund. Was? Nein, Mann. Ich werf sie in den Müll. Weil da sind ganz viele Bakterien und die härten ab. Halte ihre Umgebung sauber. Was? Nein. Ich will meinen Müll nicht sauber halten. Streichle deine Katze. Also, erstmal muss ich es zulassen. Hallo, die haben Krallen. Ist viel zu gefährlich. Ich glaube, das Einzige, was wirklich ein Tipp ist, den viele vergessen ist, nimm eine weitere Katze auf. Weil Katzen sind nicht gerne alleine. Holt euch immer zwei Katzen. Außer es ist eine spezielle Katze aus dem Tierheim. Das ist eine Ausnahme. Aber holt euch immer zwei Katzen. Oder fünf. Oder 15. Ja. Werdet eine verrückte Katzenlady. Auch wenn ihr ein Kerl seid. Heutzutage kann sie ja alles sein. Fun Fact. An diesem Tag, an dem wir dieses Video drehen, werde ich morgen heiraten. Und wie wir alle wissen, heiraten ist der erste Schritt zur Scheidung. Ja. Amen. Deswegen als Single glücklich sein. Was? Die Vorteile des Single-Lebens bedenken? Aha, was gibt es denn da für Vorteile? Singles sind im Durchschnitt schlanker? Ja, doch. Das macht Sinn. Singles bekommen auch mehr qualitativ hochwertigen Schlaf als Personen, die ihr Bett mit einem Partner teilen. Ich kann verstehen, wenn es... Das ist das aller... Nein, das ist das allererste Mal, dass ich das höre. Weil ich habe 10.000 Mal das Gegenteil gelesen. Also biochemisch ist es, glaube ich, geiler. Also wenn man zusammen schläft. Aber manchmal kann ich mir vorstellen, wenn du zu wenig Platz hast, dass es dann vielleicht ein bisschen nervig ist. Ja, kauf dir ein größeres Bett. Oh. Oder die sagen halt so Schnarcher und sowas. Kann auch sein. Singelfrauen sind in einer besseren psychischen Verfassung als verheiratete Frauen. Besonders als verheiratete Frauen mit Kindern. Ja, komm, die haben an sich ein entspannteres Leben. Klar, die müssen sich um weniger Sorgen machen. Oder sind einfach psychisch kaputte Frauen eher verheiratet. So wie Psychopathen. Lerne die Zeit zu schätzen, über die du frei zur Verfügung hast. Das klingt so, als wärst du in einer Beziehung, hast du keine Zeit mehr frei zur Verfügung, sondern musst erstmal bei deinem Partner beantragen. Ich möchte übrigens nachher ein Eis essen gehen. Darf ich? Okay, hier Antrag A, B, C ausfüllen. Red Flex. Ja. Red Flex. Bedenke die finanziellen Vorteile als Single. Oh. Hat man finanzielle Vorteile als... Du hast doppelt so viel Geld. Weil als Mann musst du ja quasi die Frau komplett mitfinanzieren. Das ist ja natürlich so, wie wir alle wissen. So funktioniert das Leben. Nicht wahr? Ja, eigentlich hat man doch zusammen mehr Geld. Weil du ja in Waschmaschinen teilen kannst und sowas. Genau. Kostet den selteneren, aber unterhaltsameren Sex aus. Warum? Nein. Du hast in der Beziehung besseren Sex. Weil du dich aufeinander einstellen kannst. Und das andere ist doch immer so cringe. Weil du musst dich erst mal irgendwie rantasten. Und was gefällt dem anderen überhaupt? Du musst dir erst mal jemanden ins Bett kriegen. Und das auch. Das ist furchtbar einfach. Furchtbar einfach ist das. Weil wir waren ja hier die Abschlepper hoch 10. Wir hatten sie alle schon. Genieße die Vorteile des Singleslebens. Und das erste ist, ignoriere die Darstellung von glücklich pappanen Medien. Was ist das für ein Vorteil? Oh, die Animation dazu. Ah, ah, Menschen. Pff, aus. Die Darstellung von Single-Frauen kann genauso problematisch sein, da sie oft entweder idealisiert oder niederträchtig ist. Hä? Also guckt man sich am besten gar keine Frauen mehr an im Fernsehen. Deswegen. Deswegen sind so viele Filme und sowas alles nur für Männer geschrieben und so. Weil Frauen traurig machen, wenn man sich Single-Frauen anguckt. Das macht einfach traurig. Wir sind für Männer geschrieben. Ich finde, Batman ist für alle da. Aber genug von diesen blöden Single-Geschichten. Da kann ja keiner Relaten zu. Wir sind ja alle in einer Beziehung. Esoterik. Pech. Loswerden. Teil 1. Verwende Salz, aber nur das Original-Wiki-House-Hault. Nein, ich hab es aber nicht da. Was soll ich jetzt tun, Ricardo? Du sollst eine Prise Salz nehmen und es über die linke Schulter werfen. Und warum ist auf dem Bild eine rechte Schulter? Ja. Was zur Hölle? Ich verstehe die Anläutung nicht. Oder hier ist das Gesicht und sie macht es so. So. Wirf die Stücke eines verbrochenen Spiegels nicht weg. Aber wie soll ich denn jemanden abstechen, wenn ich keinen verbrochenen Spiegel zu Hause habe? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass glücklich sein und Glück haben ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Verbrenne-Werweihrauch. Was? Aber ich verstehe Glück nicht. Trakschützende Glück. Ich verstehe die Wissenschaft hinter Glück nicht so richtig. Was hat das damit zu tun? Verbrenne Salber. Ja, Dinge verbrennen macht glücklich. Ja, das kann ich verstehen. Tu Gutes. Karma. Ich meine, Gutes zu tun, das kann glücklich machen und Glück bringen dann vielleicht auch, weil die Leute vielleicht helfen. Das ist nur für Geringverdiener. Reinige dein Chakra mit frischem Blumen. Habe ich bei den Hut noch nicht gesehen, dass die sich irgendwie mit frischem Blumen aufgeladen haben. Die machen einfach nur... Bete. Ach Gott. Entrüppel dein Zuhause. Oh ja, das ist verstörend. Nutze die Kraft des Lichts. Was? Warte, stopp, stopp. Strahlendes Licht in dein Zuhause einzuführen ist ein effektiver Weg, pechlos zu werden und negative Energien zu verstreuen. Tipp von wegen, lass deinen Anus zu sonnen. Kennst du diese Bilder? Ist das so eine Yoga-Pose? Ja, das war tatsächlich, das haben wir schon, glaube ich, nur als Scherz gepostet. Erkenne, wenn dein Schicksal anfängt, sich zu ändern. Davon träumen, auf einem sehr hohen Ort zu sein. Was? Vor dem Frühstück dreimal niesen? Entschuldigung? Dann hast du vielleicht eine Allergie oder so. Die Spitze eines Tortenstücks zuletzt essen. Das kann ich doch einfach machen. Okay, jetzt geht's, ob du wirklich glücklich wirst. Das Video hat jetzt endlich einen Sinn. Seid dankbar für das Gute in deinem Leben. Aha, also erstmal eine positive Einstellung haben. Ne, das ist okay, das verstehe ich. Für ein Dankbarkeitstagebuch soll tatsächlich helfen. Was schreibe ich da rein? Wofür ich dankbar bin jeden Tag oder was? Okay, ich bin dankbar, dass du mich heute nicht geschlagen hast. Ersetze negative Gedanken durch etwas Positives, das du dir sagst. Ja gut, anstatt sagen, oh, ich sehe so fett aus, kannst du sagen, oh, ich fühle mich ganz schön weich an. Sagen wir, wisch dich dabei, wie du denkst, du bist so hässlich. Ah, siehst du? Oder ich bin so hässlich. Ersetze diesen Gedanken durch, ich kann gar nicht so hässlich sein, denn jeder ist auf eine Weise schön. Das ist so, ja, lüg dich an. Warte mal, ist glücklich werden nicht eigentlich ein bisschen auch in Anführungszeichen dumm sein? Weil je weniger man nachdenkt, desto glücklicher ist man eigentlich, oder? Das kann vielleicht helfen, aber ich glaube, du kannst auch schlau und glücklich sein. Dann musst du aber ziemlich schlau sein, um zu verstehen. Du musst so eine gewisse Schwelle dann überstehen. Du musst schlau genug sein, um dich selber zu manipulieren. Ja, und dass du es selber nicht mitbekommst. Sei am besten schizophren. Ach nee, mindestens einmal täglich ein Kompliment. Ich bin geil. Ich hab gehackt. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Und deswegen vergleich dich mit dir selber. Aber okay, das kann funktionieren. Das funktioniert super. Ey, Instagram und so einfach ausschalten. Ihr vergleicht euch nicht mit unrealistischen Schönheitsidealen, so an der Schwarzen Älger. Das könnt ihr nicht erreichen. Niemals. Fertig. Ihr könnt was anderes erreichen. Ihr könnt zum Beispiel sehr große Füße haben oder sowas. Oh yeah. Ja, okay. Mach Sport und iss tolle Sachen. Wer hätte das gedacht. Aber was tue ich gegen den inneren Schmerz, den ich Tag für Tag spüre und die Lustlosigkeit? Ich kann ja nicht einfach das umstellen. Hast du da etwa eine Idee? Gönnt euch einen Laptop, bei dem ihr dieses Gesicht machen müsst. Intel Evo verifizierte Geräte können das besonders gut. Egal mit welchen Aufgaben du sie bewirfst, Intel Evo Laptops überraschen nicht nur mit ihrer Leistung, sondern auch mit ihrer Ausdauer, Mobilität und den blitzschnellen Anschlüssen. Siehst du diesen Sticker? Weißt du, dass dein Laptop top ist. In Saturn Movember sind ein paar davon im Angebot. Also siehst du vielleicht auch bald so aus. Wir hoffen sehr, ihr seid jetzt glücklicher als vorher. Wir sind es definitiv nicht. Denn wir haben noch keine Zeit gehabt, eins zu kaufen. Genau. Besucht uns auch das nächste Mal wieder. Und schaut unser anderes Wiki-Hau-Video an. Haben wir da nicht eine Rauchbombe gebastelt oder so? Ne, das haben wir dann danach gemacht. Aber sehr interessant, wenn ihr auf Rauchbomben steht und so. Wenn nicht. Achso, übrigens, wir haben jetzt einen Dislike-Button, einen neuen, in den Kommentaren. Tickt drauf. Stimmt.